Hallo Leute und Willkommen zum nächsten Snapshot Review nach etwas längerer Zeit. Ja, es ist vieles Neues dazugekommen, alles zeige ich euch heute aber nicht. Ich zeige euch nur, ja sozusagen, die Sachen, die als letztes dazugekommen sind und eben auch meine Lieblingssachen. Das alles und mehr seht ihr jetzt gleich. Übrigens ist auch Stefan dabei. Hallo. Hallo. Ja, das wollte ich jetzt nochmal so gesagt haben. Also, als erstes seht ihr hier jetzt ein Beacon. Ja, als erstes mal, ups, als erstes mal dauert das jetzt nicht mehr Jahre, bis da der Strahl kommt. Oder doch? Ah ne, ok. Dann, ähm, ich habe jetzt nur ein paar Glasdinger hier. Ähm, könnt ihr den jetzt einfach, ups, könnt ihr den jetzt einfach so färben. Zum Beispiel jetzt in grün oder in rotgrün. Äh, äh, nicht rotgrün, äh, doch, rotgrün. Jetzt in rot oder was weiß ich, gelb. Ihr könnt das auch mischen. So. Finde ich eigentlich geil. Als nächstes gibt es jetzt Falltüren und zwar aus Eisen. Seht ihr, das kann man natürlich jetzt nur, Moment mal, ich gebe das mal weg. So, kann man natürlich nur mit, ähm, einem Schalter aufmachen oder mit, keine Ahnung, mit Knopf oder was weiß ich. Mit Knopf kann man, ähm, ja, hier eben nochmal zum Vergleich die alte, einfache, ja, Holzfalltür. Es gibt jetzt hier auch, ja, eigentlich gibt es bei diesem Update jede Menge neue Blöcke. Aber hier gibt es jetzt auch Zäune in jeder Holzart. Dazu, dazu, genau. Dazu auch noch natürlich die passenden Türen. Ups. Ja. Finde ich eine sehr, sehr geile Serie. Neue Türen sind auch dazu gekommen. Hier noch die alten Standardtüren. Und hier haben wir jetzt, ich habe, ich weiß jetzt nicht mehr was genau was war, aber hier seht ihr es auf jeden Fall. Sind, ist auf jeden Fall, sieht geil aus. Das ist wahrscheinlich Spruce, Spruce, genau. Spruce, ne, Akazienwood. Wie komme ich jetzt auf Sprucewood? Naja. Ähm, ja, die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Da kann man sehr geile Sachen damit machen. Ist das das Orange? Orange. Ja. Cooler Neuerung. Als nächstes, ihr kennt es vielleicht, ähm, Von, zum Beispiel, äh, Hexit. Von, zum Beispiel, ja. Von, zum Beispiel, Hexit, kennt ihr das wahrscheinlich. Und zwar die Armour Stands, ja. Hier kann man jetzt nämlich einfach, indem er da drauf drückt, dem das anziehen. So, wenn er wieder drauf drückt, eben, zieht er ihm das wieder aus. Dann macht ihn wieder nackt. Nekt. Hier ist das Crafting Rezept dazu. Hohohohohoho. Ja, und da ich so blöd bin, habe ich vergessen, euch das neue Crafting Rezept für Zäune zu zeigen. Das geht jetzt übrigens so. So, als nächstes ist hier dazu gekommen der rote Sand. Der sieht so aus. Und dazu natürlich auch die passenden, ja, Steine. Und, jetzt habe ich ihn schon wieder kaputt gemacht. Und, äh, Treppen und Stufen natürlich. Als nächstes gibt es jetzt auch Flaggen. Die gibt es natürlich nicht nur so. Das zeige ich jetzt auch ohne einen Schnitt oder so. Die gibt es jetzt nicht nur so, wie sie hier stehen. Ich habe jetzt einfach mal alle Farben gemacht, sondern man kann, also ich habe jetzt übrigens kein Crafting Rezept gefunden, wie man die craftet. Ich kann nur schätzen, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird man das Wohle machen, den Banner. Das schon, glaube ich. Äh, wenn ihr das wisst, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ähm, das wäre nett. Aber ihr könnt auf jeden Fall, ich hole mir jetzt mal ganz kurz eine Werkbank. Die stelle ich hier hin. Ups, nicht da, sondern da. Dann nehme ich mir das jetzt mal raus. Also, angenommen wir haben jetzt einen weißen Banner. Dann könnten wir uns zum Beispiel jetzt einen Streifen machen. Oder ein Kreuz. Oder wenn es ganz ausfüllt. Nö, doch nicht. Ja, also ihr könnt hier jetzt, das ist ziemlich geil, finde ich. Ich nehme den da jetzt gleich mal raus. Und der sieht jetzt so aus. Gut. Ja. Ist jetzt nicht so ein Meisterwerk, aber man kann daraus wirklich geile Sachen machen. Dass, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, können die geiler sehen. Was ist denn? Was machen Sachen? Man kann den natürlich auch an die Wand hängen. Ja, also seht ihr. Der hängt da jetzt an der Wand. Wäre jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, ja. Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt was. Kann ich da nicht nochmal irgendwie was machen? Äh, ja. Aber das ist wahrscheinlich wieder genau das gleiche, oder? Nö, ist dunkler. Okay. Wusste ich nicht. Gut. Ähm. So. Dann sehen wir uns beim nächsten und auch beim letzten, ähm, neuen Future, was dazu gekommen ist. Äh, für den heutigen Tag. So. Und zwar gibt es jetzt Hasen. Ja. Die sind jetzt zwar schon länger bei dem Update dabei. Die machen auch ein bisschen Sauns, wenn ich sie schlage. Naja, auf jeden Fall droppen die dann eben so ein Haselfleisch, wenn man das in den Ofen gibt. Ja, wer hätte es erwartet, ist es dann natürlich gebratet. Man kann sich dann auch noch, ich glaube, aus Rabbids Food. Food, genau. Und, und, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, da weiß ich das Crafting Rezept jetzt nicht auswendig. Ähm. Naja, wir sehen, auf jeden Fall kann man sich auch eine Rabbidsuppe machen. Macht doch einfach Hasensuppe. Und dann gibt es auch noch, ähm, natürlich Hasenfell. Wer hätte es gedacht? Das fehlt dann natürlich noch. Und, keine Ahnung, was man sich daraus machen kann. Da habe ich mich noch nicht so damit beschäftigt. Aber ich wollte es einfach mal mit einbringen, dass, ja, gut. So, natürlich habe ich jetzt vergessen, das war jetzt noch nicht das Letzte. Jetzt kommt das Letzte. Ähm. Das soll jetzt nicht benachteiligt werden. Nämlich der andere neue Mob, den man dann, das habe ich jetzt natürlich nicht gesucht oder so. Ähm. Den man dann in so einer, ja, Unterwasserfestung eben findet. Ähm. Da gibt es aber ausführlichere Tutorials darüber. Oder Tutorials, ja, Reviews darüber. Ich werde natürlich auch noch eins machen, aber ich zeige ihn euch trotzdem. Ich weiß auch gar nicht, wie man das ausspricht. Also Gott sei Dank, ich zeige ihn euch trotzdem. Ja. Holt durch Geschicht. Zeige ihn euch trotzdem. Naja, auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Es soll nicht mehr, dass ich dübel. Ich will es euch jetzt gar nicht versuchen. Sieht der so aus. Der hüpft immer Richtung Wasser. Glaube ich halt. Sieht zumindest so aus. Das sieht ein bisschen von vorne aus wie Plankton. Sieht aus wie Doho. Und die mögen übrigens keine Tintenfische. Seht jetzt so ein Strahl machen die und die töten die dann. Zumindest versuchlos ist. Vielleicht findest du eine Unterwasserfestung irgendwann mal. Gibt es das schon? Gibt es schon, ja. Da werde ich jetzt noch irgendwann mal in den nächsten paar Tagen ein ausführliches Tutorial oder Review machen, wie man das sehen will. Und ja, dann danke fürs Zusehen. Und wieso ich das übrigens auf einer neuen Map mache, weiß ich nicht. Weil die alte Map finde ich nicht mehr. Na gut, dann war es das jetzt. Danke fürs Zusehen. Und ciao, Leute. Ciao.